Hallo und herzlich willkommen hier auf 4HD Allerdings haben wir da erstmal hier DIN HD Börler Dann haben wir hier eine große Batterie Dann haben wir eine 1000 Schuss Knallkette Dann haben wir hier irgendein Superstar Raketenset Noch ein Superstar Raketenset Und dann ist dann hier ein Aal inklusive Das ist ein Kumpel von mir Der jetzt gerade gekommen ist So, jetzt ist die Cola umgefallen, das macht nichts Und dann haben wir hier eine tolle Weihnachtstüte Und Da drin ist ein Ein Twillerset Da schaut euch das schöne Ding an Lauter Knaller Da ist eine Böllerkette Da ist eine Böllerkette Ein paar China Böller Und um das Ganze noch zu verfeinern Gibt es noch Titan Böller Die kennen wir schon vom letzten Video Total geil Jetzt macht's Krabumm Das zeigen wir euch jetzt alles per Video Leider kommt das ein paar Tage erst danach Online Aber ihr habt ja schon keinen Vorgeschmack von unseren anderen Videos So, das war's erstmal Ciao euer Locke von VHD Und wir sehen, hören und schreiben wir uns Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Kanal oder verbreitet und liked dieses Video Ihr könnt ihn natürlich auch auf Facebook und Twitter besuchen Und schaut auf unserem Blog vorbei VHD.com Bis bald 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 Bis bald